haben wir dann herzliches hallo und willkommen zurück bei seven days to die und wir haben zeitdruck ja die danu der anubis ist da servus moin und der xa ist selbstverständlich auch wieder wo geht es nur unter der selbst also ja den xa den wir noch gar nicht gefunden haben ich bin schon beim nächsten haus habe ich die hunden das haus habe ich im single das haus habe im single player schon mal auseinandergenommen das ist lohnenswert ich gehe mal nach oben da sind wir das da ist nämlich die creme de la creme aber hier ja ja nur ein zombie ein schlag dann kommen wir zwei schläge einem out of errors Das ist immer gut. Out of er rauseinander schon bei diesem Spiel. Da würde ich vielleicht nach draußen gehen und sie ähm... Funktionen. Draußen kann doch jeder. Ach, jetzt habe ich schon wieder den Bogen weggebrochen. Ich habe schon wieder den Bogen weggebrochen. Ich habe mal ganz kurz Holz besorgen, eine Sekunde. Sonst kriege ich keine... Bleib mal hier, hast du meinen Bogen ausgesehen aufgenommen? Weil ich habe meinen Bogen weggeworfen, in dem Moment war er weg. Ja, habe ich. Warte. Also der zweite Zunge im Haus ist tot da. So. Ich brauche trotzdem Holz. Ich habe Holz, wie viel brauchst du denn? Äh, ich mache mir gerade weg, ist keine Sorge. Alles gut, bin schnell. Okay. Oder kommst du rein in die Küche? Ist da was angerichtet? Weiß ich noch nicht. Noch ist es ruhig. Aber es ist irgendwie so laut. Dafür, dass es sehr ruhig ist. Ja. Deswegen wollte ich dann zweiten dabei haben. So. Ähm. Torch. Graft. Und dafür, dass es sehr ruhig ist, ist es echt laut. Es ist ruhig? Ja. Du sagtest, noch ist es ruhig. Achtung, da ist ein Drawler. Da ist ein Drawler. Äh. Und. Kriegst du den geschossen? Ja, den kann man schon... Äh, warte. Geht wirklich? Ja, es gibt doch Flamesduch, die du durchschießen kannst. Huch. Huch. Hier zappelt einer am Fenster rum. Hier ist doch schön. Wo zappelt einer am Fenster rum? Na hier, ne. Da, wo wir reingekommen sind. Wann kommen die Zombies nochmal? Wann wenn die schneller am Fenster sind? Wann kommen die Zombies nochmal? Wann kommen die Zombies nochmal? Wann werden die schneller am Fenster sind? Wann werden die schneller am Fenster sind? Achso, wieder runter. Ah, du weißt nicht zu glauben. So, ich würde sagen, wir sollten dann zum Abfahren. Nein, ich muss doch ins Obergeschoss. Ja. Okay, ich hab ein Drawler. Sehr gut. Siehste, hat sich doch gelohnt. Das, was hier rummelt, ist kein Rumpel, das ist mein Bauch. Würde ich auch sagen. Oh, und die Axt ist kaputt? Bücherregal machen. Bücherregal habe ich. Jetzt nehmen wir noch eine Axt bauen. Mach hin, bau schneller. Äh, Torch. Du kannst das skillen, die Crafting-Speed. Ja. Das ist alles. Wohl auch. Keine Ahnung, aber ich bin grad voll. So, ich. Egal, was passiert. Ich geh hier nach oben. So, dass er sich durchsucht, ja. Ja. Wie ekelhaft. So, wo geht's da nach oben? Aus, in der Garage ist ne Treppe, die geführt nach oben. Oh ja, dann sollte man in die Garage und nach oben. Oh, das ist der, der am Fenster klingt das, oder was? Jo. Ja. Oh. Ah, da geht's hoch. Und da ist, äh, da los. Da müssen wir alles kommen, oder sollten wir nicht hier... Ach ne, Nachbaronlust haben. Ich geh da jetzt hoch, weil ich Licht hab. So. Du hast Licht? Siehst du das auch, Anubis? Hast rein. Ich seh alles. Ich seh gar nix. Wo, wo seid ihr? Oben. Ich bin oben und dringend. Ach, da hinten. Habt ihr da hinten schon geklappt? Ja. Noch ne Fackel? Ne, ich hab keine Fackel. Ne, ich hab keine Fackel. Aber ich hab eine. Mining Helm. Genau deswegen wollte ich hier hoch. Oh, safe. Du wirst jetzt den Ressort noch knacken. Na, selbstverständlich. Komm, dann müssen wir halt rennen. Xa rennen. Ja, Xa. Was heißt, was soll denn das denn lachen? Ich brauch nichts. Äh, haben wir nix, was das Ding irgendwie schneller aufmachen würde? Nein. Ähm, das dauert ganz schön lang, ne? Das geht schnell. Mhm. Geht voll schnell. Ja, mhm. Stunden später. Ach, gleich hatte ich, gleich hatte ich. Äh, Quir, du solltest nicht die Wand hauen. Hauen sie ich, danke. Die Tausend sind schon weg. Ja, ja, ja. Und notfalls abarrikadieren wir uns genau hier oben. Aha, mhm, mhm. Tolle Ideen. Und wie töten wir die, die dann da an der Hand kommen? Mit Pfeilen und Bogen? Mit welchen Pfeilen? Ich kann dir gerne noch welche abgeben. Ach, der feine Herr hat jetzt wieder Pfeile plötzlich, ja. Mhm. Äh. Er schwimmt in Pfeilen. Ne, das nun wiederum nicht, aber ich hab welche. Könntet ihr bitte noch mithauen? Ja, ich musste mir grad ne neue Axt machen. Oh, ja, muss ich auch gleich. Ich bin schon bei 13 angekommen. Noo. Ich bin bei 32, so. Oho. Der Koyas mickrige Zwölfer. So, jetzt sind gar keine mehr. Er ist gleich kaputt gegangen, sehr cool. Das ist... 15. Weißt du was, ich hau mit dir. Da ist drauf, ist ja wurscht. Jetzt haut sie mit der Keule drauf, geil. Ja, ich hab grad keine Axt. Ist doch wurscht. Hauptsache ich helfe euch. Oh, jetzt hab ich Hunger. Aha, und meine Wellness ist runtergegangen. Meine auch grad. Dadurch, dass ich Hunger hab. Egal, ich kann, ja. Na also. Ich muss dringend was essen, ansonsten sterbe ich. Ähm, die letzten beiden Teile, die da drin sind, bitte einer rausnehmen. Ich bin nämlich voll. Ich muss jetzt erstmal was essen, ansonsten kriege ich immer mehr Wellness. Sag mal, wie viel muss man denn fressen in diesem Spiel? Das ist doch völlig idiotisch, sorry. Völlig idiotisch. Was war denn da drin? Äh, Teile für Waffen. Halt, warte, lass mich nicht im Dunkeln. Okay. Dann geht's vor mir, aber ich... Nein, da hinten. Da in das Loch rein. Schau zur Leiter genau. So. Leiter gehen ist etwas gewöhnungsbedürftig. So, und jetzt soll's mal schauen, dass man schleunigst. Ja. Schleunigst heißt in die Richtung. In Richtung Haus. In Richtung Haus. Könnt genau zu mir laufen, weil... In Richtung Haus. Ja, wir sehen unsere Schlafsäcke. Oh, 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 oh. Achtung, lauf nicht in die... Ne freie Ebene. Da müssen wir, äh, hier... Nester aufsuchen. Hier sind Nester. Ja, du weißt, was mir gerade Nester sind? Es ist mir völlig egal, ob die Nester egal sind. Wir brauchen die, wir brauchen die. Ich hab' jetzt gerade nen Rucksack ausgegeben. Wir brauchen... Wir brauchen doch nicht so dringend Nester jetzt. Habe ich noch Platz? Ja, ein bisschen. Wir haben noch über, über 50, 60 Pfeile im, äh, in der Kiste. Was sagt er mir jetzt? In der Bude. Ich kann nicht genug haben. Tutum. Ey Leute, in ner halben Stunde fangen die Zombies an zum Rennen an. Wo seid ihr? Ich bin schon fast da. Hallo, du bist? Hinter dir. Oh, ich hör'n Zombie. Ich nicht. Aber noch rennt er nicht. Äh, was ist denn das? Äh, äh, jetzt muss ich auch irgendwas wegwerfen oder... Äh, äh, äh... Ist die Cripp? Nein, den werf ich nicht weg. Äh, äh... Lass den Blut doch liegen und komm' nachher wieder mit der Langebänder. Ja, dass ich irgendein Seed. Golden Rock Seed. Ich will das jetzt ehrlich gesagt nicht... Ne, das ist nur Samen, den Lass. Was? Echt? Ja. Das hab' ich mitgenommen. Hm. Ja, ich weiß nicht, wenn das was Schönes ist, was man anpflanzen kann, was was Sinn macht, hm? Das kann ich einfach so aufheben, auf uns zu Samen verwandeln. Das brauchen wir nicht unbedingt. So, in elf Minuten fangen's an zu rennen an. Ja, ich renne ja schon. Ja, bis, äh, bis dahin haben wir für Starbino mehr. Trinken Bier. Bin da. Ja, eine Möglichkeit. Hoffe ich. Ist das unser Haus? Das ist gar nicht unser Haus. Nein, bin ich da. Was ist das für ein Haus? Hier waren wir gar nicht. Oh ja, du hast doch oben im, äh... Ja, ja, ich lauf zu meinem Bett. Ja, ja, ist, äh, alles gut. Ich dachte nur, ich wär schon da. Achso. So, ab jetzt rennen die Zombies. Ja, und jetzt komm ich grad beim Turm vorbei. Ist mir ganz schlecht. Ich auch. Oh, scheiße. Hier ist ein Camp. Was ist denn, was sind denn hier noch die Häuser? Weg dort. Da machen wir einen Umweg jetzt. Das Camp lohnt sich zwar zum Looten, aber nicht jetzt. Aber es macht Bummen da zwischenzeitlich. Bei dem Camp eigentlich nicht. Nö, das ist ja kein Militär-Camp. Das ist ein Dingsbums-Camp einfach. Nur Camp halt. So, ich habe jetzt mindestens einen Zombie schon hinter mir. Ich auch. Bin wir so weit gelaufen? Ja. Ich hab ein Problem. Ich seh unsere Mauer. Ich weiß nicht mehr, wo es reingling. Oh ja, irgendwo da drüben, glaub ich. Ah, ich seh Licht. Ich seh Licht. Ich seh Licht. Ich seh ein Licht. Woher kommt. Also ihr müsst einmal am Häuschen vorbei. Auch das noch. Ah ja, ja. Ich schick's auch. Ich glaub ich. Ja, ich steh hier auf der Mauer. Meine Stamina ist alle so ne Kacke. Nein, wir warten dürfen nicht. Hilfe! Verpiss dich! Geh weiter! Nur ohne Stamina geht er so schwer. Ich dachte. Oh je je. Nein! Weg! Abhauen! Leiter! 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 aus der Richtung das ist schon eine Angabe oh warte ich muss mal dringend was essen ja schön hast du dich aufgespießt Zombie ich muss jetzt mal ganz dringend was essen und trinken also das Problem habe ich jetzt immerhin gelöst mit dem Essen runter das war echt nicht mehr feierlich das war ein nackiger Koja oder ja da ist ein nackiger Koja ich bin noch hinterher Anubis bist du in der Kiste? in der untersten bin ich ja musst du da rein dann nimm warte ich gehst erst oben hin ich gebst erst die Waffen raus ich bin gleich wieder da ich muss mal schnell meinen Blut holen ja war schön mit dir schön dass wir drüber gesprochen haben dauert gar nicht lang ja ich bin gerade in der mittleren genau ich bin gestorben wir brauchen dringend wasser ich habe ganz viel wasser geholt ja wir haben wir haben einige leere Flaschen ich laufe die ganze Zeit da mein Rucksack da ist er jetzt eben ok eine Kunde und praktisch laden und jetzt habe ich immer noch zu viel warum habe ich jetzt immer noch zu viel also in der oberen Kiste liegen auch noch ein paar Pistolenteile die ich gefunden hatte und bist du drin ne gut dann geh ich jetzt mal an die Forge Anubis? jaaa was denn? denke dir hier mal was hin ja ich bin sofort bei dir wieder aufgenommen wo legst du mir was hin? ähm da ging es rein ich sag mal hier ging es rein bestimmt ging es da rein ah ne Mensch danke hab ich ganz vergessen ich habe ja noch die Sonnenbrille muss ich natürlich auch tragen da in der mittleren Kiste liegt was für dich zum Lernen wie viel Fassung gelohnt? wo sogar eine richtig gute xa siehst du die Chainsaw? ähm kannst du lernen die mittlere hier ist aus ach da unten genau ich habe es doch schön extra gelegt und an dieselbe Stelle lege ich dann was anderes hin so danke so ich würde jetzt mal dazu übergehen dass wir alles was irgendwie essbar ist in den Kühlschrank legen war auch so ein Vorschlag aus den Kommentaren finde ich persönlich sehr gut macht das ein Unterschied? 5 nö aber das liegt dann alles an einer Stelle genau so hunting night bug habe ich zweimal ich lese es einmal selbst ja und einmal gibt es das dem der Waffen macht genau und einmal leg ich es in die mittlere Kiste jetzt da wo haben wir jetzt noch Pfeile habt ihr gesagt? in der untersten Kiste lagen glaube ich noch wer in der untersten Ok ja da bin ich gerade drinnen Moment ich lege da noch Lied rein ja ich lege gerade noch in die Forge rein Moment Gisela du kannst dann gleich ähm kann man in die Forge eigentlich alles reinschmeißen? also äh egal jetzt ob es äh Metall oder äh mach doch mal auf alles was da recht steht kannst du reinschmeißen also auch Lied und Bryce wenn du das gescrabbt hast dann schmeiße das auch mal mit rein Honig ist ja eine ganz feine Geschichte und heilsam ach so warte wo haben wir das Lagerfeuer das haben wir draußen gemacht gell? ne oben oben ist ein Lagerfeuer unten habe ich aber auch alles hingestellt unten am Pfosten vom äh Balkon ja ja aber oben haben wir Kochtopf drinnen und so äh Reeforst Wuttenklampe hier ah da oben haben wir noch Elfwasser da war das Wasser da war das Wasser ja wie gesagt ach ja der in dem in der in der in der den feuer noch drin oder wie das kann sein dass ich da nicht rausgenommen hatte ja ich habe jetzt gerade noch zwei abguckt die ich auch gefunden habe wir verrecken gerade bei Zombies in unserer äh ja das sollen dafür ist es da dafür haben wir das gemacht Dürfen sie was dürfen sie da drin verrecken so hoffentlich qualvoll obwohl die spüren ja nichts mehr ne wir sind doof und qualvoll Sehen Wasser haben wir jetzt wieder in der untersten Kiste 41 äh federn lege ich auch noch rein ich muss jetzt nochmal eine ganz hohe Frage stellen es gibt keine irgendwie dass man mit rechtsklick oder shift rechtsklick oder irgendwas etwas schnell von einem Inventar ins nächste transferiert doch shift äh shift links klack shift links klick shift links klick also ähm ich produziere gleich ein paar Federn beschäftigt äh paar Federn sag ich paar Pfeile Ähm Äxte herzustellen und Hammer Nein ich habe bisher auch noch keine Punkte vergeben weil ich jetzt nicht wusste auf was ich die jetzt genau setzen muss soll kein darf oje ähm hm bei Skills geh einmal aus Tool Traps in die Werkzeuge oh einen haben wir hier gar nicht ja wir müssen das noch irgendwie ein bisschen zu erklären her und so ja wisst du die ist ganz schön durcheinander alles ne ja ich brauche unbedingt Steine dann ist die Frage da sind noch welche aber nicht viel dann ist die Frage um Stracking Tools levelst du durchs Herstellen das heißt wenn wir viel Holz übrig haben und viel Stein könntest du herstellen und deine Qualität verbessern was sagt dir was du Xa lernen soll was wie ich werde mich äh auf jeden Fall Werkzeuge brauchen wir ja ja was soll also dann wäre das das Tool Smitting oder ja wäre es so haben wir noch äh things fertig keine Ahnung was gibt's denn da daneben was schmeißt denn du da weg Koja ich werf eigentlich werf ich nix weg was habe ich weggeworfen ein Sandwich und ein Maldi Dings hast weggeworfen was für alles was verrottet ist werf ich weg nein damit kann ich Medizin dann herstellen was mit verrotteten Sachen ja ja wie frisst du selber die Medizin glaub mir du wirst sie freiwillig fressen wenn ich die Antibiotika herstellen dann wirst du die nehmen aus verrotteten Sachen den schönen Schimmel da den kratzt ab zu nein aus dem mach ich's doch du weißt doch jede Medizin hat Neppenwirkungen jetzt weißt du auch wo die herkommen ne ich glaub das alles nicht glaub's ruhig also bitte schmeißt mal das Zeug nicht weg ja ist ja gut jetzt weiß es ja auch aber es hat mich halt verwundert ähm das ähm ne hat irgendwer einen Hammer für mich ups ich kann dir einen machen wenn du möchtest hätte ich glaub ich nicht scrappen sollen ich hätte jetzt einen 34er für dich Danu ja irgendwer kann man einen in den Ofen legen so was ist denn lieb nochmal also blei oder ja müsste blei sein ja wo haben wir den Ofen ja da im Ofen da ist immer Trin an bitteschön Dankeschön für die Pistole haben wir da schon Schuss ja 9mm dann müssten wir eigentlich da sein ja haben wir einige Schuss warum liegen die dann hier weil ich sie gerade erst gelootet hab ok die hab ich gerade mitgebracht ja danke bitte da ist doch das Jungs gern ballern und ich hab meine Machete ja genau ich find das ist fair so die Frage ist welcher Schrank wird jetzt hier mit unseren Crafting Materialien soll das und Baumaterialien machen wir einfach mal den mittleren definiere ich jetzt hierfür da jetzt mal so frei so was wollen wir heute machen machen wir die Basis weiter oder ja macht Sinn ja so ich hab schon ein bisschen Holz gesammelt und äh auch Clay aber irgendwie kann ich die und nicht weiter bauen da fehlt noch das andere da brauchst du Stein und Clay da brauchst du Koppel ja ja also ich hab Smallstone und Clay oder Lump of Clay besser gesagt ja genau und aus diesen Sachen machst du ähm Cobblestone Cobblestone das mit denen mit denen im Inventar machst du Cobblestone draus ah okay äh Papier wohin in die obere Kiste oder ganz oben bei Munition ach ja da ich seh ich ja schon genug ja E-L-Arrow E-L-Arrow okay Guuut so ein bisschen sortierter ist es jetzt okay dann kann ich jetzt äh wieder äh Stahle Skars reinbringen ich hab ne Keule in der Hand hehehe hehehe hey Leute es ist da draußen nichts los wollt's nicht was abbauen hm ich ich fang gleich an mal was zu buddeln ja hm hm ähm Dano ich hätte auch noch ein paar sagen würde ich was soll ich die hinschmeißen in die unterste Kiste mach mal folgendes hab ich eigentlich schon eine Hoh zum anbauen oh hat das musst du mal gucken in der Werkzeugkiste aber sonst müssten wir es noch sogar schon herstellen können dann kann ich mal das Zeug anbauen ich mach grad noch den Hammer kaputt am Stein und dann ich hab ich durfte auch feststellen im Sinne dass wir hier eindeutig noch was tun müssen aus der Mauer ein bisschen was ist da noch nicht nur ein bisschen was also ich bin im Singleplay am Tag 28 überrennt worden aber sowas von ja ja 28 wir haben Tag 4 ja oder sowas ja wir sind Gott sei Dank mehr also wir können das äh wenn wir auch ordentlich sind äh hat jemand Stein dann könnte ich da noch ein bisschen Cobblestone herstellen oder ist das grad alles weg ich bin gerade am Steine klopfen draußen schade gut dann denk ich mir jetzt auch noch ne gute Axt und mach mit ne gute Axt? ups wo haben wir noch eine her irgendwo hat man welche hier oben da noch ne 302er ja so ich kann keinen Stein mehr abbauen ich hole mir ein bisschen Clay und der Stein überhaupt oder nein warte meine Zuschauer bockschen wenn du da raus kommst kommen wir mal zur Treppe also muss schon über den äh über den Zaun ja drinnen haben wir keinen mehr den hat der schon abgelort ok so ich muss noch was essen na dann das wird ein Spaß Stein abbauen hey irgendwo war doch der Clay oder? mh der war drüben am Maisfeld ja idui idui ähm was macht denn Clay ist doch immer braun auf dem Boden markiert also von daher das ist lustig wenn man die Danuder laufen sieht man sieht von der Danu nichts weil die schwarz ist aber man sieht so ein wie so ein Glühwürmchen ich hab einen meiner Helm das ist wie so ein kleines Glühwürmchen was da übers Feld stürzt das ist sehr schön oh man ich bin gespannt auf deine Aufnahmen das werde ich mal anschauen da haben wir also die pflanzten Bäume ein Träumchen eine und da brauche ich die meine hast du eigentlich schon Pfeile nachgebaut wenn du bist dann würde ich mir die gleich noch holen äh ich brauche noch Steine aber die hole ich mir gleich ok ok meine Zuschauer haben gesagt wir sollen mehr Spikes doch ja ernsthaft das sind so viele mhm ja weiß ich nicht haben wir überhaupt schon überall drei Reihen ja würde ich behaupten wollen meine auch meine sogar fast überall also Vornamen an dem Eingang haben wir glaube ich vier rein wenn ich das gerade auf sie sehe oder sogar fünf das ist überall drei das passt das ist vier oder? ah ne das sieht mehr aus als es ist das sind drei Vornamen Eingang ah die suchen von schräg echt aus aber trotzdem drei Reihen da ist echt da kommt da wozu die Spikes naja am Tag sieben noch nicht ne am Tag sieben müssen wir ja das hat man ja schon aber mit der Zeit wird es immer schlimmer und irgendwann reifen die Spikes auch nicht mehr da brauchen wir bis dahin dann die großen Spikes ja dann stehen wir auf den dann stehen wir alle bis unter die Zähne bewaffnet auf der Mauer und schießen mit Shotguns und Xabel seine Kettensäge anwerfen und die Zombies durchmetzeln und du besorgst dir vorher das Benzin dafür ja natürlich bis dahin habe ich hier eine eigene Ölraffinerie aufgebaut mit Bordturm 20 so was für ein Zombie hat Koja da erwischt das heißt was für einen Schaden hat er das im Grundrang das sind deine komischen Medikamente da du hast noch gar keine Medikamente von mir genau mein lieber Koja du hast diesen verrotteten Toast du hast diesen verrotteten Toast du hast diesen verrotteten Toast nimmst in Mörser reinhaust und einmal stimm drüber Koja ich werde es für dich extra für dich ein ganz besonderes machen mhm aber dazu bräuchts erst nen Beaker glaube ich hier wieder so ein gutes Bier wie in den Ark eh das war nicht von mir ja ich weiß nicht hier die Schuld von mir jetzt doch das war von der Lubis das Bier nicht von mir nein da war doch am Lubis noch gar nicht als du hier wo du mit Alai Talk wo er mich da eingesperrt hat und den Vogel gemalt hat äh das äh ja das war ich ja ok das war ich ja das ganz besondere Bier haben die jetzt schon wieder extra? äh wie gesagt eine 302er ist noch in der oberen Kiste glaube ich müsste die obere sein oder die doch am Lubis die nicht rausgenommen hat nein hab ich nicht dann ist die da noch drin meine ist auch gleich kaputt und dann hat Xa jetzt noch ungefähr 5 Minuten Zeit seinen Skill hoch zu bringen das heißt auf Deutsch baue extra in Massen ohne Witz wenn du da äh ja ich bin hier schon am am Stein kloppen und äh sammel das Zeug dafür und baue einfach extra und schmeiße halt so nur weg dann treibst du es hoch mhm so in der oberen habt es gesagt vielleicht muss auch mal wieder was levelen ich hab lange nicht mehr gelangt ja da ja tatsache werden sie das sehen ähm Federn haben wir noch irgendwo bei der ja hab ich im Inventar ich produziere jetzt gleich ähm ähm ein paar Pfeile ok dann lege ich da in der mittleren liegen noch ein paar Federn da lege ich noch welche dazu tü 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 was nehm ich hier noch Light Armor oder Armor Smithing was nehm ich n Light Armor oder so ich wollte schauen wegen der Hu da Leather Working Craft Height or Leather Clothing faster at better quality wenn ich hier achso wobei das sollte man ja dann eigentlich auch der Xa machen und die Gartenhöhle ja was was du hier so am Schnaufen gerade ja ne er redet dich mit mir der Anubis achso ja das kann ich gewesen sein da ja willst du mal kurz ins Haus ich weiß sonst geht es noch nicht besonders so viel übrig oh dofe Idee dofe Idee hä was macht dieser Mensch ich bin gerade in die Spikes geplumpst achso die ist eine dofe Idee ja das hätt ich aber vorher sagen können ok ich bin auch weg ich bin auch weg wenn du was ausprobierst fragst du mal mich ich kenn mich damit aus mit Fails und so jaja ah das bin ich Profi das ist nicht neu also Stein geht jetzt echt viel schneller weg als in der Alpha 13 wäre beeindruckend der Stein zu dem du mich da genutzt hat der ist so gut wie weg ok ja in dem habe ich aber auch schon ein bisschen rumgeprügelt kann mal einer bitte hier die 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 Spikes weghauen damit ich an meinen Loot komme das ist ganz wichtig dass ich da rankomme äh bau doch ein äh bau doch ein äh frame drauf mhm musst du sie nicht weghauen das ist viel äh weil weghauen da stirbst du dreimal dabei warte gib mir mal die Seite warte mal vielleicht langt das schon vielleicht komm ich so ran warte mal ja irgendwie sieht das lustig aus der Stein der sieht so aus als würde er fließen komische Textur oh äh du blöde Stein hab alles ja mach ich jetzt mal ein bisschen Koppel äh hab ich noch meine Olle Axt ne Olle Axt hab ich auch nicht mehr das haben äh äh so da bin ich äh könntest du mal in aus der Forge das Eisen rausnehmen und mir eine Gartenhue herstellen ho äh und eventuell für die Steinklopfer zwei ähm eisen pickaxe bin ich grad bei an den pickaxen ja lass es das musst du da zusammen machen wegen Werkzeugen also du brauchst jetzt ne Iron Pickaxe oder ich brauch die Ho oh wenn er die überhaupt schon kann ich weiß es nicht aber von Serum Skill Level schon kann oh sieht gut aus ich probier's mal ja doch geht aber damit stärker der ja wieder sein Skill braucht aber ganz schön lange 40 Sekunden ja das ist normal ich mach uns grad Bacon und Eggs gell ja 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 mhm um 5 Uhr passt ideal ich kann aber mehr Fleisch besorgen wenns mehr wollt es sind momentan nur 5 dann geh ich gleich jagen ich hab noch Stahlpfeile da ich bin aber Veganer ja gut dann bleibt mehr für die Anderen ich und Veganer ja jetzt hast du jetzt davon jetzt kürzt den Anderen also tu Essig Pflanzen aber nur wenn sie schon verarbeitet wurden ähm ja bestimmt also sprich Fleisch esse mein Fressen nicht das Fressen weg so ich würd aber sagen wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder dann bauen wir hier noch ein bisschen weiter und ähm eigentlich find ich hier Loot-Tour cool wir können auch nochmal ne Loot-Tour machen aber ich glaub wir müssen ja es ist so schwierig abzuschätzen ne was was Sinn macht einerseits müssen wir hier vorankommen und andererseits brauchen wir bessere Tools ja die Hau in die untere Kiste oben reingelegt oben in die Mitte so gut dankeschön aber auf jeden Fall nächste Folge gehts weiter und vielen Dank fürs Zuschauen und ja dann bis dahin bis dann tschüss tschüss